Und damit Konnichiwa und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Star Wars, Lego Star Wars, die komplette Sarah. Ja, wieder mit einer Secure, Secure mit Namen habe ich es nicht so, aber ja, wir sehen schon, wir haben über 2 Millionen an Steinen, spielen schon 12 Stunden, über 12 Stunden und haben 34,4% freigeschaltet und ja, ich würde mal sagen, ohne weiter Vorreden gehen wir ins letzte, also erstmal in die letzte Episode von Episode 2 rein. Hier müssen wir noch einmal später rein, wenn wir einen TIE Fighter haben, den können wir dann nämlich den Rest holen, beziehungsweise wird es einfacher, das werde ich denke ich auch ein bisschen offscreen machen, weil das nur rumgefahren ist und ein bisschen Konzentration erfordert und hier brauchen wir auch nur noch einmal einen, da muss ich ja nur einen TIE Fighter holen und dann haben wir das auch, das heißt 2 Millionen müssen wir hier nur noch durchmachen und dann ist das erledigt. In Episode 1 haben wir nur noch einmal dieses, na mit dem Geld, da muss ich nochmal gucken, da muss ich so einen Bonus, roten Stein mir holen, dass das sich verdoppelt, die Punktzahl, weil dann geht es denke ich mal relativ fix. Wie dem auch sei, jetzt aber erstmal zu Count Dooku, da fehlen uns noch, ja eigentlich auch eine ganze Menge an Minikids und der roten Stein, ich bin sehr gespannt, ich sage, los geht's! Und wenn wir schon dabei sind, nehme ich natürlich unsere Liebe, Isla Secure. Hi! Und die epische Musik setzt ein. Ich finde dieses, ähm, naja, dieses Aussehen immer noch so gut. Diese Aussicht und dieses an der Plattform, hier stehen die, ähm, auch wenn man ihr Count Dooku hat und ja, da ist er auch schon und sieh da. Nummer 3, so schnell geht es, ähm, dass das ein Bosskapitel ist, ist das eigentlich relativ einfach und... Ich würde aber vorschlagen, ja, mit Obi-Wan ist das irgendwie cooler noch. Einmal ein bisschen die Bomben platzieren. Okay. Da haben wir glaube ich schon einen. Gehst du auch noch irgendwo hin? Nicht, dass wir hier was verpassen. Ich kenne ja dieses Spiel inzwischen und weiß, dass mal gerne was versteckt wird, aber nein. Dann mal weiter. Immer. Und die Tür verschließt sie. Warum macht ihr denn nichts, ihr Penner? Steht erstmal rum und dann... Na komm, ihr seid mal vielleicht welche, wisst ihr. Tja. Kohle, Kohle, Kohle. Okay. Kopfkehrsjäger. Nice. Da ist sie. Und da oben haben wir schon. Okay, das ist zwar gemein. Das wollte ich nicht. Ich dachte, der bleibt immer drauf. Danke. Ganz kurz. Wir kennen das Spiel hier schon. Nummer vier. Ähm. Haben wir das... Ähm. Oh. Ah. Ich... Ich verstehe. Geld regiert die Welt. Okay. So sei's. Und hier haben wir auch gleich den nächsten. Nummer... Sechs. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Da oben waren wir jetzt so. Jetzt... Ja, okay. Ich denke mal, ist hier nicht... Oh. Es ist ja schon das Battle. Das Battle Royale. Oh, sogar im Gleichschritt. Synchron kämpfen. Count Dooku. Penner. Bleib mal stehen hier. Äh. Ich muss mal ganz kurz wechseln. Dankeschön. Ey. Ich brauch schnell mal... Hä? Tja. 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 Hau mal ganz kurz ab. Ich muss mal meinen... Danke. Alter. Fies. Hau ab, du Penner. Ähm. Ich will mein Geld zurück. Äh. Okay. Das ist... Und du rennst noch weiter. Das Ende ist nah. Und du kriegst mich nicht. Ich will mal gucken, was hier noch so ist. Oh, Mist. So, jetzt kriegst du mich nicht mehr, du Penner. Hahaha. Ja. Versuch mal, mich zu kriegen hier. Ähm. Das war... Äh. Nicht so gemeint. Boah. Das war knapp, Alter. Kannst du ja nicht mehr mit mir machen. Aber ich schon. Boah. Hast du das gesehen? Ähm. Sorry. Penner. Ja. So. So. Hast du mal genug? hat er wieder mich trifft wie ihr mich trifft er trifft mich und das muss wahrscheinlich geschossen werden als das mal er denn dafür muss er ist glaube ich müssen aggressiv mussten wir können über alles reden und einer fehlt uns noch ich sehe ihn schon ich möchte aber mit mit dem ich kämpfe durch verschiedene mal ok na dann in diesem sinne schussikowski macht freigeschaltet ok klingt schon und natürlich wieder geld gesammelt ja und wir halten das ist glaube ich der ja das ist dieses schiff mit dem duku fliegt genau und es gibt uns auch noch mal ein bisschen kohle ja das ist ja schon mal amtlich und wir halten den 59 minikles also fast haben wir 60 und das war es 100 prozent in count duku so das war die letzte episode erst einmal von episode 2 das kapitel das nächste mal oder nächsten aufnahme mache ich dann mich an ihm so der verdammt dran in episode 3 ran da gibt es ja noch ein paar mehr sachen hallo grievous aber ich mag stark die auch und deshalb ich würde sagen wir schauen mal ob wir noch was kaufen können können wir den letzten kaufen wir können noch nicht kaufen ja ich habe die hat man wahrscheinlich nicht gesehen habe ich aufgenommen ich habe die goldenen sterne alle getauft die es noch gab und einer fehlt uns noch dann haben wir alle zusammen und ansonsten haben wir natürlich noch extras und ich schaue mal was ich jetzt hier für extras kann also so eine hier x-mal punkte x-mal 4 ist bestimmt mal punkte vier mal punkte sechs oder hier halt auch mal zehn das heißt praktisch das verdoppelt sich dann alles und verzehnfacht sich die punkte zahl und dann kriegen wir mal schnell eine milliarde zusammen das geht dann so ist auch erst mal egal erst mal macht griff da können wir dieser mich anziehen die charaktere und perfekte ablenkung warum nicht charaktere steine ist jetzt nicht so notwendig und das können wir machen weil es lustig klingt die anderen sachen kauf ich wie gesagt wenn das geld da ist und damit haben wir auf 35 prozent ich wollte mal ganz kurz gucken zwei von sechs bonus haben wir bereits gespielt genau das können wir auch inzwischen okay wir haben den letzten raum freigeschaltet das ist auch ein großer was ist das denn jetzt hier bin ich mal neue stadt ich glaube das sind so eine lego städte da müssen wir immer eine million an geld sammeln das gab es in einem anderen lege spiel auch schon mal da muss man halt eine million steine sammeln in einer bestimmten zeit und das ist gar nicht so leicht aber auf jeden fall gibt es da die lego stadt und dann die also wo wir noch zwei holen können dass man natürlich jetzt nicht aber wir haben damit alle bonus räume eigentlich freigeschaltet okay die sind jetzt hier nicht weil wir die nicht benutzt haben aber egal die anderen bonus vision welche ab und welch irgendwann mal machen und ja ich würde sagen das soll es gewesen sein oder schauen wir mal kurz ob wir noch was anderes ob wir draußen irgendwas haben zum freischalten also hau ab lasse mich in ruhe hier ist auch noch was wie viele brauchen wir hier auch hier brauchen wir alle ok keine lustig werden alter penner ok wir haben die europäkanschen verkreuzer das ist der auch hier sehen wir wieder zusammengebaut ist dann das ganglionische bongo das u-boot also sieht es aus das königste sternen schiff da fehlt noch eine namen haben wir aber sowohl was pot natürlich nabus raumjäger und ziv implantation da haben wir schon mal die 100 prozent so gut wie erledigt hier natürlich brauchen müssen da sind die 100 prozent durch da sind die 100 prozent durch die europäkansche schiff auch erledigt hier fehlt noch eine sache dann haben wir es auch erledigt und hier ebenfalls so hier sehen wir schon land und schiff haben wir dafür noch die hälfte hier fehlt auch noch die hälfte hier fehlt müssen mehr hier auch noch ein bisschen mehr und hier auch noch ein bisschen also das wird interessant werden aber wir werden einfach mal schauen und schauen jetzt aber ab weil wir werden verfolgt was da hinten ist wo java drauf ist das erfahren wir noch wenn es soweit ist ich glaube das bekommen wir erst wenn wir alle kopfgültige haben glaube ich will noch sagen ich sage vielen dank fürs zuschauen adikado somas saunara und möge die macht mit euch sein oder so bis episode 3 ciao ciao so 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 so